Vielen Dank für's Zuschauen! Schön zu sehen! Der eine und nur, Herr Michael Bay! Das ist meine Kamera! Ist er gut? Er ist sehr gut! Er sieht gut aus! Nein, er sieht gut aus! Ich kann nur sagen! Seine Hände sind sehr ständig! Er ist gut! Ich mag deinen Style sehr. Es ist ein Bayes-Style. Es ist unikbar. Es gibt keinen anderen Direktor, der so viele Bilder in Leben bringen. Wo hast du deine Imagination für das? Ich mag eine Imagination! Und ich mag immer die Limit mit Action! Ich versuche zu machen, dass es noch nicht gemacht wurde. Wir haben ein tolles Dronen gearbeitet. Es gibt neue Dronen, die wirklich schnell sind. Es gibt neue Kamera-Systeme. Aber es ist noch ein old-fashioned, 90s Action-Movie. Es sind alle realen Stunts. Es ist sehr schnell. Es ist das Guerrilla-Style. Es fühlt sich authentisch. Und die Akteure haben einen tollen Job gemacht. Du wirst immer wissen, wie ein Film kommt. Und das ist ein Spaß! Und ich liebe diese Atmosphäre. Und ich weiß, dass es sehr schwer ist, denn du hast vielleicht nur eine halbe Stunde, um das Reel zu bekommen. Was ist der Trick? Du hast nur 38 Tage, um es zu filmen? Ja, wir hatten 38 Tage. Ich bin sehr schnell. Und ich operiere die Kamera. Das ist besser als dieser Mann. Ich kann dir das jetzt sagen. Ich bin schuldig. Aber ich operiere die Kamera. Und ich bin da mit den Akteuren. Ich habe keine Direktors-Chair. Ich habe keinen Trailer. Ich bin da auf dem Set. Und wir gehen schnell. Und das hat die Energie auf dem Set. Und es war gut für dieses Film. Weil es so sehr intensiv ist. Und besonders der Cut. Ich denke, hast du die Filme von dir selbst gemacht? Nein, Pietro. Pietro ist Ridley Scotts Editor. Er ist ein fantastischer, Oscar-winning Editor. Er ist italienisch. Er ist sehr stark. Nein, Michael! Nein! 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 Es ist Tension! Tension! Wir kämpfen ein paar Mal, aber er ist ein fantastischer Editor. Die letzte Frage. Was war der schwerste, der langen, der krasseste Tag auf dem Set? Ich bin ein bisschen verrückt. Ich habe mir gesagt, ich brauche eine Helikopter-Scene. Also, lass mich das in zwei und eine halbe Stunden. Und wir haben die Möglichkeit, zwei Helikopter zu bekommen. Die besten Piloten in der Welt. Der französische Piloten und der amerikanische Mann. Sie fliegen zwei Helos hinter dem Yaya. Und er sagt, Mike, bist du aus Ihrer Meinung? Ich habe gesagt, 50 km pro Stunde. Sie sind die besten Piloten in der Welt. Sie werden gleich hinter dir sein. Okay? Uh, du musst einfach mit guten Leuten arbeiten. Well done. Well done. Thank you so much. All the best for you.